Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Tun Sie, was Sie wollen, das war eine exakte Worte. Bringen Sie mir Fäge rein! Fäge rein! Fäge rein! Fäge rein! YouTube Poop Hey guys, before this video starts, I would like to say to join our Discord server. Our Discord server had fucking died already two times, because nobody just cares about it and nobody joins in. So guys do so. Join in and chat in. Cool games and cool Paradis stuff. And most importantly, me, XDDD. Anyways, the Discord invite link is in the description. Do so join in. Or server will fucking dies again. Do it. Please boss, I have a cancer. Do it. Why am I still doing here in advertisements? Just start this video already. 18. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee erschirmt nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube! Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freier Memel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Jawohl, mein Führer. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserben sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Ich werde niemals kapitulieren. Niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Mein Führer, der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wink noch eingreifen kann. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. We've got to get you ready. Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spottakel werden. Fägelei! Wir müssen jetzt handeln! Das ist purer Wahnsinn. Ich halte gut daran getan. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wie lange können Sie noch halten? Hi, welcome to the library. Oh, my ears. Der Fägelei! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Extremely large head and face. And my huge, broken mouth makes my voice incredibly loud. I gotta go. Okay, have a wonderful day! Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse, unerbittlich. Fägelei! Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dass diese kulturlosen Päste in Europa überschwemmt. Hello, sir. Can I help you? Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kapp von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Oh, this is my little brother Jeffrey. Er ist nicht in der Punktangabe. Wir sprechen ein andermal darüber. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Ich habe heute den Fall Klauswitz ausgegeben. Enemies. Careful enemies. Dann soll die Armee im Kehren machen! Mein Führer, fluch und verlinnen Sie eine Schaltige Frau. Ja, vielleicht schon da! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie den Armee verrückt geworden? Ich bin weggelegt! Ich habe das gut daran getan! Aber mein Führer, die 12. Armee verschirbt nach Westen, Richtung Elbe. Aus geht los, um sich zu autorisieren, behaupten, dass ich werde krank! Ja, vielleicht schon da! Die Logik, ja, verhaut. Oder hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringt Sie mir Fähne rein! AUSCH! 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 Jede hat mit Verlogen zu sein, ja, äh, äh! Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Well, Sir, you two are magicians! Ich weiß nicht, gar nicht. AUSCH! Ja, vielleicht schon da! Ich kann letztlich nur triumphieren, indem es Frau Wache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesen eisernen Gesetz der Natur gehorchen. Stelz, wie hätte es mit Gefühlt versagt. Hey! Der andere Steigerfahrt befehl! Hey! Hey! Unter ein ausgerechten Kiebler! How are you, Patrick? Books, but run! Hey! 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 Aber mein Führer, die 12. Armee, erschibt nach Westen, Richtung Elbe. Three hours later. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes mit Gefühlt versagt. Wow, that sounds fun! It is fun! Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdlössigen immer mehr. Aber er hat sein einzig, keinem Niedergang. Anders kann man das nicht mehr. Ich will sofort zum Bericht! Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wie bitte? What? Ja, 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 ja! Ja, vielleicht schon da! Sorry, Sierra. Kapitulieren niemals! Das ist ein Purs! Aber dafür müsste man die dann nicht festlegen! Und wenn ihr die Stadt bis zum letzten Arten zucht, gegen die Rotten verteidigen! Ich glaube! Niemals! Aber dafür sind ja junge Leute doch da. Kannen! Das reicht! Und zack! Ein ausgerechter Hiebler! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Safat! Halt! Der Führer! Was reißen? Was reißen? Gibt es für die Aufkampagne? Man müsste die ganze Luftwaffe und Führer uns aufhängen! Halt! Der Führer! Man müsste die ganze Luftwaffe und Führer uns sofort aufhängen! Die russische Batterie ist beim Markt in Einstellung gegangen! Das heißt unerhört! Unerhört! Der Russe steckt fünf Kilometer vom Städtkern! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Sie erminden eine Eisenbahnbrücke über die Oder! Ach, Unsinn! Die russische Batterie ist beim Team Commander! Du kennst die Russische Batterie ist beim Team Commander! Und ich bin der Russische Batterie! Oh, he's really, really good. Was my innocence, man? Okay, you both get one trial game. If you somehow beat me, you can stay. Geoffrey, I'm sure you know what you're doing. If I lose, I'm not allowed over here anymore. I'll never have a chance Patrick again! One minute, 37 seconds later... You passed us, and now you're firing on your own base. But my captain, the 12th army is always going to the west, in the direction of the 11th. Then we'll turn the army back! Then we'll remove the west front. I'm not sure enough! Don't say. Don't say. You could only be angry with your head. Don't say. Bailey, we told you, no one cares if Ms. Johnson's toilet tubes sound like a Lana Del Rey song. I'll repeat it, I can't believe it! It's my friend! No! Come on, Geoffrey, we're almost done closing up! But I love snow, Sarah! Don't say. 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 Well, as soon as we finish, we can get downtown to the big Chester Town Winter Festival. Don't say. Don't say. Cabot, you liver-spotted beauty queen! Games make the world go round! Geoffrey, what's wrong? Who? Who will be here? Oh! The guy who writes the DishTION! Was... The fuck! Oh! The guy who writes the Dishwasher's Guide to the Universe series! There are two hundred and seventy- Oh, he won't think you're a loser. Come on, let's get you to that signing. This is your chance to meet your hero. But first, let's get your head to fit through that door. Why, Jove, I've got it! It even looks like you're cosplaying as the dishwasher. Move it, I got a tinkle. Later, get over that signing and meet your destiny. I can't even bring him to home at home. Frau! If he's not a threat, it's a threat. First edition printing of Dishwasher's Guide, Volume 12. Hector the Space Dude Battles the Moon Mutants on page 426. But then, in a... I have the lead for years against the Rotten. Don't seek. He made the corruption in our state possible. Don't seek. Don't seek. Hey, we're not useless. We're invalid. That's invaluable, Jeff. Wait, that's an easy one. Did you just nail the door shut? Don't seek. Don't seek. Was this a conscious decision on your part or perhaps your way of... Don't seek. Don't seek. Well, my event's volume of brain fluid gives me an encyclopedic knowledge of this place. I know this library like the inside of my own mouth. Don't seek. He's checking your book out. Jeffrey's giant title has such advanced taste buds, he can read each visitor's library record just by licking their card. Don't seek. Don't seek. Don't seek. Don't seek. Don't seek. Meine Höhlen und mein Körper. Hey, wait your turn. Oh, and you didn't both pick sparkling water. Bobby said sparkling, but you said flat. Then Bob... But I am... But he's so far gone. Don't say... She's not there! Can I have a coronagram? Oh, oh, and you didn't ask Bobby to order for you. When the waiter asked you what you wanted, you were choking on some water and he couldn't understand what you were saying, so he just gave up and brought your suit. Dishwashers Guide to the Universe. Attack on a giant-headed space bear. Why is my mouth on fire? Luanne, what did you do? Oh, I'm sorry. I'm terrible. Wow, Jeffrey. I am so proud of you. Not only did you meet your hero, he helped create his new book. All by the... She starts fighting for race and for saga! I'm one of the crew. I guess I'm out. Assistant Bill! Aw, come on, Molly. Yeah, buddy, just keep playing and try again. Oh, but I already packed up all my... Die wenige stunde, die ich noch als deutsche Reichkanzler zu nehmen. Ah! Five years ago. How you doin'? Yep, we were fine. Ah! 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 Es war ein ungeheuerer verrat geübt am deutschen Volk. Can I get you guys anything? What are you, the father's of a bachat? How are you, Patrick? Books, foot rub, need anyone to moisten those lips? Ah! Oh, that's sweet! Is that pickle juice? Oh, what's the big deal? I'm just skirking your game. Game? What kind of game? Go ahead. You literally better get out of here. Ah! Stop! Beart in the char... Now, I know what you're thinking. She bet I count for him, I get built!